Advent, Advent! Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Gerade vor einer Woche haben wir das Fest Christkönigssonntag gefeiert und jetzt sind wir schon im neuen Kirchenjahr. Also, herzlichen Glückwunsch zum neuen Kirchenjahr. Ein Jahrling sollen wir anstoßen, oder? Aber das machen wir einfach mal im privaten Bereich. Jetzt wollen wir sehr gerne geistlich unterwegs sein. Advent, da beginnen wir noch einmal eine ganz tolle, interessante persönliche Zeit. Viele Menschen, ganz besonders Kinder, freuen sich auf diese Zeit. Ja, sie gehen einfach mal durch die Gegend. Es gibt auch irgendwie Weihnachtsmärkte und wenn die Mütter zu Hause so was Tolles packen und wenn es gut riecht und dann, wenn es irgendwie sehr angenehm ist zu Hause mit Licht und mit verschiedenen Sachen. Das ist nur einfach Freude pur. Die Menschen warten auf diese Zeit sehr und es ist interessant, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viele ältere Menschen sterben im Monat Dezember nicht. Aber dafür, die Sterberate im Januar ist sehr hoch. Was zeigt das? Diese Zeit Dezember, diese Zeit von Weihnachten, ist es eine besondere Zeit. Eine besondere Zeit deshalb, weil hier die Beziehung eine ganz wichtige Rolle spielt. Wenn wir einfach schauen, die ganze Welt freut sich auf diese Weihnachtszeit oder das Weihnachtsfest. Auf einmal geistlich gesehen, dass wir die Beziehung Gott empfangen werden, dass Gott Mensch wird und diesen Gott werden wir in der Krippe sehen und ihm begegnen und dann dadurch empfangen wir auch die Begegnung mit dem Himmel. Und dann das Nächste ist, dass wir unter uns begegnen, ob wir zu Hause irgendwas basteln und auch spielen und kochen und essen, aber auch irgendwie in den Märkten oder auf den Straßen. Und wenn man einfach mal schaut, diese ganzen Beleuchtungen auf den Straßen und auf den verschiedenen Gebäuden, dann sehen wir wirklich auch, wie wichtig diese Begegnung untereinander ist. Und deshalb finde ich großartig, dass die Adventszeit für uns wichtig ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in allem möchten wir merken, dass die Beziehung für den Menschen sehr wichtig ist. Der Mensch ist ein Beziehungstier. Das heißt, er kann nicht ohne Beziehung leben. Und deshalb ist er immer unterwegs, ob jemand viel studiert hat oder wenig, ob jemand reich oder arm, ob jemand Frau oder Mann ist. Wir brauchen alle Beziehungen. In dieser Beziehung sollen wir auch reif werden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist ganz wichtig für mich als Priester und als Pfarrer, dass wir diese Zeit nicht nur einfach genussmäßig erleben, sondern einfach zu Herz nehmen. Dass wir auch intensiv gestalten, wie diese Beziehung für mein persönliches Leben wichtig ist und welche Beziehung ich noch gestalten muss, damit einem anderen gut tun würde. Und ganz besonders könnten wir auch Zeit nehmen für unsere innere Ruhe, für unsere innere Beziehung zu unserem Gott selber. Wenn Jesus in vier Wochen in der Krippe zu sehen ist, welche Beziehung habe ich schon aufgebaut, damit ich ihm begegnen kann. Die Zeit ist uns geschenkt worden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber es liegt in unserer Hand, wie wir diese Beziehung gestalten. Ich wünsche mir sehr, dass diese Beziehungsarbeit wirklich sich lohnt in den kommenden vier Wochen. Eine gute und gesegnete Adventszeit. Eine gute und gesegnete Vorstellung. 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 Vielen Dank.